Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Also, das mit der Obergrenze ist einer der größten Bluffs der Nachkriegszeit. Aber auch dieser Bluff liegt in der Tradition der deutschen Geschichte, oder besser gesagt, des deutschen Euphemismus. Die Rede war nicht davon, im Dritten Reich, dass man sechs Millionen Juden umbringt, es hieß die Endlösung der Judenfrage. Vielleicht darf ich noch daran erinnern, die Mauer, die Deutschland teilte und an der Hunderte von Menschen ums Leben gekommen sind, die hieß antifaschistischer Schutzwall. Also Euphemismus ist sozusagen der Meister aus Deutschland. Und der jetzige Euphemismus ist das Wort Obergrenze. Und natürlich gibt es eine Obergrenze, aber in den Kommunen eine Obergrenze der Leistungsfähigkeit. Und nebenan und nebenbei und zwischendurch, sozusagen in den Ritzen des Systems, gibt es ständig neue Skandale, die aufscheinen und sofort wieder verschwinden, obwohl sie es verdienen würden, ein bisschen länger beachtet zu werden. Ja, die Leute im Osten haben ein anderes Gespür dafür. Die können sich noch an die Jubelberichte und die Jubeltitelseiten des neuen Deutschland erinnern, dass der Fünfjahresplan übertroffen wurde. Und jeder, der das gelesen hat, weiß, was es bedeutete. Der Mangel ist minimal kleiner geworden, als er beim letzten Fünfjahresplan war. Und es fehlten vielleicht 100.000 Hüter. Im letzten Fünfjahresplan waren es doch 150.000. Und das war der Fortschritt im Fünfjahresplan. Und deswegen haben die Leute im Osten ein vollkommenes gesundes Verhältnis zu Zahlen. Sie trauen ihnen nicht. Und es gibt eine faktische Einwanderung, die dadurch nicht mehr als Drama und Problem aufgenommen wird, weil sie geringer ausfällt in diesem Jahr als in den vorausgegangenen Jahren. Das ist so, als würde ein Mann, der vor Gericht gestellt wird, weil er seine Frau geprügelt hat, sagen, ja, aber ich habe es in den letzten Wochen viel seltener geprügelt als im letzten Jahr. Ein sehr bekannter Journalist hat kürzlich in einem Text geschrieben, die Zuwanderung tröpfelt so vor sich hin. Also das Tröpfeln sieht so aus, dass es circa 10.000 bis 15.000 jeden Monat sind. Natürlich weit weniger als im Herbst 2015 und im Jahre 2016. Aber 10.000 bis 15.000 Monat, das gibt im Jahr ungefähr 180.000 Zuwanderer. Die Stadt, eine Stadt von der Größe Regensburg. Und die muss man dann erst mal bauen. Also es hat sich um die Flüchtlingshage herum eine Flüchtlingsindustrie, Flüchtlingshilfeindustrie gebildet, die sehr profitabel ist, an der sehr viele Leute ordentlich verdienen. Und deswegen geht es, glaube ich, auch weiter. Und alles unter dem Begriff der Obergrenze, die es nicht gibt. Ich bin auf eine gewisse Weise davon fasziniert. Das ist unglaublich. Das ist so, als würde man wirklich, ich ringe um einen Vergleich, als würde man einem Heroinsüchtigen sagen, ein Schuss pro Tag ist okay, aber zwei wird das bedenklich. Und genau das machen wir jetzt. Genau das machen wir jetzt. Wir quantifizieren das Problem in der Art, dass wir sagen, es ist schon weniger geworden. Sorry, ich finde es einfach komisch. Bis zum nächsten Mal.